So, wir machen einen Film, ja? Was wollen wir filmen? Ein Video. Ein Video, ja? Also müssen wir uns erst mal vorstellen. Wer bist du? Linda. Und wer bin ich? Papa. Papa. Und wo sind wir gerade? Drinnen. Drinnen, ja? Im Auto. Und wo ist Mama? Drinnen. Wo drinnen? Im Einkaufsladen. In der Kaufhalle, ja, im Einkaufsladen. Und wer ist noch mit Mama? Linda. Ja. Und wer ist noch bei Mama auf dem Bauch? Der kleine Mann. Der kleine Mann, ja? Und wo sind wir? In welcher Stadt? In Wittenberge. Ja. Ja. Und was? Wir machen Feuer. Ja. Ja, was? Wir machen Feuer. Im Haus. Im Haus, ja? Im Ofen? Ja. Ja, ne? Ist schön warm, ja? Ja. Und war es heute früh kalt? Ja. Und das Auto? Ist voller Schnee. Voller Schnee, ja? Ja. Du musst du Papa erst abkratzen, ja? Ja. Und was macht Linda am liebsten? Reingehen. Reingehen? Ja. Watschen? Ja? Das frisches Wasser. Frisches Wasser, ja? Ja. Immer auskippen, ja? Ja. Die Bäume. Die Bäume gießen. Die Bäume gießen, ja? Ja. Haben wir mit Papa zusammen gemacht, ja? Ja. Linda hat immer den Eimer voll gemacht und Papa hat gegossen, ja? Mit dem Schlauch hast du den Eimer voll gemacht, ja? Ja. Die Bäume gießen. Mit der Gießkanne. Mit der Gießkanne. Die Bäume gießen. Morgen wieder. Morgen wieder, ja? Ja. Und hast du auch schon mal die Enten gefüttert? Ja. Ja? Ja. Erzähl mal, was hast du denn da gemacht? Was kriegen die Enten zu essen? Körner. Körner, ja? Und schmeckt denen das? Mit der... Mit der... Mit der Körner. Mhm. Mit der Gießkanne. Mit der Gießkanne kriegen die Körner? Ja. Mit dem Topf, ja? Ja. Und was kriegen die Schweine? Körner. Auch Körner? Ja. Nein. Nein. Die Schweine, was kriegen die? Weihnachtsbrot, ja? Weihnachtsbrot, ja? Kartoffeln, ja? Kartoffeln und Schrot. Und die Schafe, was kriegen die Schafe? Brötchen. Brötchen? Ja. Trockenes Brot, ja? Ja. Und was essen die sonst so, die Schafe? Körner. Ja. Körner? Ja. Auch? Ja. Ja. Und was noch? Trockes... 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 Trockes Brot. Trockenes Brot. Aber sonst, den ganzen Tag über, was fressen die da? Gras. 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 Mhm. Genau. Und was kriegen die Hühner? Weiß. Körner. Auch Körner. Mhm. Die kriegen auch Körner. Ja, ja. Und wie alt bist du? Drei. Zwei, ja? Mhm. 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 Und wie groß bist du? Zwei. Zwei, ja? Ja. Wir schaukeln. Ja, der geht gerne schaukeln, ja? Ja. Neuen Schaukeln. Eine neue Schaukel? Ja. Ja? Und Schaukeln alleine oder mit Papa? Mit Papa. Aber auch manchmal alleine, ja? Ja. Und Papa muss anschubsen, ne? Papa muss anschubsen. Ja. Auf den Schaukeln. Ja. Und du, wenn wir Schweine füttern, warte mal. Wenn wir Schweine füttern, kommst du da manchmal mit? Mit der Schubkarre? Ja, ne? Hast schon deine eigene kleine Schubkarre, ja? Papa nimmt die große. Mhm. Papa nimmt die große. Mhm. Papa, geht nicht. Geht nicht. Geht nicht, ne? Ich will die Linke fahren. Willst Auto fahren? Ja. Und wo willst du hinfahren? In den Wittenberge. Nach Wittenberge. Nach Wittenberge, ja? Ja. Mhm. Mhm. Hier ist Wittenberge. Mhm. Hier ist Wittenberge. Und was macht Oma immer? Essen. Essen? Ja. Und was noch? Nicht? Was macht Oma noch so? Essen? Und was noch? Ein Lied. Ein Lied spielen? Ja. Auf dem Klavier, ja? Mhm. Mhm. Und was sind auf dem Klavier für Tasten drauf? Warsten Tasten. Und was noch? Weißen Tasten. Schwarze Tasten und Weißen Tasten. Mhm. Kann Linda ein Lied singen. Kann Linda ein Lied singen, ja? Sing mal ein Lied. Ja. Welches Lied ist dein Lieblingslied? Klavier. Auf dem Klavier. Ja. 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 Das ist Spiegel. Das ist Spiegel. Ja. Das ist Spiegel. Ja. Ja. Na Sau. Ja. 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 Super. Ja. Und was hat Was hat Papa Nasentorte gesagt? Linda hat Nasentorte gesagt. Papa hat gesagt, was ist das Nasentorte? Nein, nein. Nein? War das anders? Ja. Ja, geh auf. Machen wir zu? Machen wir zu. Ja, geh auf. Hm? Willst du die weg auf? Ich hab's kaputt gemacht. Nicht? Hast du's kaputt gemacht? Nicht abreißen. Da sind Knöpfe dran. Ja, die muss gut sein. Abschließen. Aufschließen? Ja. Das ist der Reißverschluss, das muss man da aufmachen. Da kann ich nicht mehr verpacken. So. Papa, du hast ja gekost. Nein, es ist kalt. Ah, es ist ganz kalt heute. Näh, äh. Papa, es ist... ...kalte Hände... ...von Gatta. Mhm. Papa, wo will ich... ...her auf! aufmachen in reinstecken und wenn die warme und wie macht die hexe immer wie macht die hexe weißt du noch knusper knusper knäuschen wer knuspert an meinem häuschen und die machte hänsel dann das sagte hänsel das himmlische kind ja der wind der wind das himmlische kind es geht nicht Du kannst mal zuknüpfen. Papa macht ja. So, jetzt machen wir Schluss. Jetzt sagen wir mal Tschüss, auf Wiedersehen. Sag mal Tschüss. Tschüss. Da musst du reingucken. So, Wiedersehen. So, wiedersehen. So, wiedersehen. So, wiedersehen. So, wiedersehen. So, wiedersehen. So, wiedersehen.